Drei Minuten vorgespult. Würde ich euch heute nicht empfehlen. Sagt euch ehrlich, erkläre ich gleich warum. Das war's mit der konstruktiven Kritik. Freunde! Herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Warum ihr heute nicht vorspulen solltet, liebe Freunde. Es gibt eine kleine Hintergrundstory zu diesem Date. Und zwar gibt es ein TikTok dazu, das die Person, die das Date gemacht hat, gepostet hat. Das zeige ich euch aber natürlich erst am Ende des Dates. Weil sonst wisst ihr eventuell schon, äh, habt ihr vielleicht schon Anzeichen auf irgendwas. Deshalb zeige ich euch das am Ende. Wie immer, Link zu RTL Plus in der Beschreibung. Ja. Ich wurde sehr oft markiert unter diesem TikTok. Sehr oft. Und da freut mich wieder, dass ihr so, so viel an mich denkt. So eine stramme Community. Alles, was mit First Dates auf TikTok passiert, sehe ich überall Kommentare mit Zeddo. Und es freut mich. Selbst die First Dates-Videos, die hochgeladen werden, da werden voll gespammt von euch mit Wann kommt Zeddos Folge? Feiere ich geisteskrank. Wir gehen rein ins Video. Ich habe Wasser am Start heute. Trockener Tag, sonniger Tag. Wir gehen rein, let's go. Oh, oh, oh. Ich weiß, Patrick. Ja, ich bin ein sehr spontaner Typ. Patrick. Oder warum nicht einfach Patrick? Das verstehe ich nicht. Warum nennt man manche Patricks Patrick? Ich muss mir einer erklären. Warum Patrick? Sehr humorvoll. Ich bin nicht auf den Mund gefallen. Ich rede sehr viel. Was ist ein Disponent? Noch nie. Was ist ein Disponent? Wir warten mal ab. Vielleicht erklärt er es gleich. Um meine Partnerin zu finden. Vielleicht für die Zukunft. Spontanität ist mir sehr wichtig. Und dass sie halt auch Humor mitbringt. Dass sie sehr viel lacht über meine Witze. Und ich auch über ihre Witze. Bin ich mal gespannt auf deine Witze, Brie. Und dass sie sehr nett und sehr freundlich auch ist. Hallo. Hallo. Guten Abend. Hi. Guten Abend. Patrick. Was man auf jeden Fall direkt einmal sagen muss. Schicker Junge. Ne? Schicker Junge. Sieht mit einem Hemd hier. Schön. Sieht schick aus. Ja. Frisur. War beim Friseur anscheinend mal vor ein paar Tagen. So. Toll. Schön gepflegt. So. Ne? Aber schon mal nicht diese Berührungsangst. Das ist nicht so, dass man denkt. Oh. Hey. Ne, ne, ne. Bin aufgeregt. Ja. Tja. Ich habe keine Vorlieben mit blond, rot oder braun. Ich bin da sehr offen gegenüber. Und dass sie schon mit einem Lächeln entgegenkommt. Und auch sehr viel Sympathie mitbringt. Selina. Selina. Okay. So heißt sie auf jeden Fall. Patrick und Selina. Hi. Guten Abend. Die hat ja ein schönes Lächeln. Hör mal. Was ist das denn? Oha. Ich bin Selina. Ich bin auf jeden Fall humorvoll. Ich bin sehr ehrgeizig. Boah. Krank lachen in Kombination mit Augen kommt. Krass. Krass. Wirklich krass. Und mit mir kann man auf jeden Fall viel lachen. Ich bin ein sehr familienbezogener Mensch. Ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie und mit meinen Freunden. Und ist Swarovski branded, Leute. Diese Schwan hier ist Swarovski, oder? Bin ich blöd. Okay, Selina 23, Gesundheitskranken, Kinderkrankenpflegerin. Cool. Und ich liebe es zu reisen. Ich habe große Lust, mich wieder zu verlieben. Ich bin ein Mensch, der gerne in Gesellschaft ist. Und ich liebe es auch, gemeinsame Reisen zu unternehmen oder gemeinsam abends auch mal auf der Couch zu entspannen. Deswegen freue ich mich darauf, wenn es klappen würde. Ja dann. Er sollte humorvoll sein und ehrgeizig. Er sollte zielstrebig sein. Er sollte wissen, was er im Leben möchte, was er im Leben will. Und er sollte familienbezogen sein und generell eine positive Ausstrahlung besitzen. Sie hat schon klare Vorstellungen. Also sie will wirklich diesen Patrick. Eben Patrick will sie halt. Hallo. Du bleibst ganz schön weit draußen stehen, oder? Du hast in die Ecke geschaut und gesagt, du möchtest nicht rein. Doch, ich will rein. Willst du auch an die Bar zu dem Typen, der da sitzt? Geht. Schön, oder? Süß. Hallo, hi. Patrick, hallo. Hallo, ich bin Selina. Hi. Freut mich. Ja, ich setze mich erst mal. Was ich so richtig süß fand, war wirklich ihr Lächeln. Dass sie wirklich so sympathisch rüber kam. Als ich Patrick das erste Mal gesehen habe. Äh, 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 äh. Patrick. Patrick. Also jetzt, wenn er schon Patrick heißt, dann nenn ihn auch Patrick. So, da will ich hier jetzt nicht großartig hier diese... Da kann man auch mal diesen kleinen Umweg machen. Ich mir, ja, der sieht gut aus. Und als er dann auch so angefangen hat zu reden, also super angenehme Stimme hat er auch. Und, ja, also ich würde sagen, das ist mein Typ, Mann. Worum ist der hier? Ich komme aus Berlin, und du? Nein, wirklich? Ja. Aus Potsdam. Wirklich? Ja, also Berlin und Potsdam ist ja... Ja, das geht. Und Potsdam ist das Cringe-Berlin, oder? Also, guck mal, ich erkläre es euch jetzt. Also, nicht, dass wir gleich wieder alle aus Potsdam schreiben. Äh, fertig, deabonniert, du Wikfrau. Also, sagen wir mal, äh, Klassenfahrt. Ne? Es gibt die Option Berlin oder Potsdam. Lehrer entscheidet sich für Potsdam. Bro. Hä? Das ist doch nichts halbes, nichts ganzes. Da macht doch direkt diese Berlin-Systeme. Was ist das denn? Also, ich hab auch ein Auto, da würdest du sagen, okay, sehr gut. Mit ein bisschen Bahn würde ein bisschen dauern, aber cool. Ja, das ist schon ein Stückchen. Und was machst du so beruflich? Ich bin, äh, Kinderkrankenschwester. Süß. Ja, und du? Äh, ich bin Disponent, ich arbeite im Büro. Ganz normal. Genau, plane Touren für Geldtransporte. Disponent, ich plane Touren für Geldtransporte. Patrick, lass mal chillen. Gib mir mal ein paar Touren durch. Lass mal zusammen was planen. Spaß. Leute, seh ich kriminell aus? Sagt kurz ehrlich, wenn ich böse guck. Ich kann grad nicht böse gucken, wartet kurz. Ich kann grad nicht, ich weiß nicht warum, wartet kurz. Ich kann die Scheiß drauf, egal. Entspannt. Ja, cool. Okay, selber Kinder, Wasser auf. Ja, nee, also ich hab noch keine Kinder, aber ich will Kinder haben, irgendwann. Ja, okay. Aber hat noch ein bisschen Zeit. Ja, ich bin 23, wie alt bist du? 26. Ach, das geht. Also, ich hab auch noch Zeit. Ja. Das ist geil. Ja, sehr schön. Ja, mega. Toll. Super. Dass die Kinderkrankenschwester ist, find ich super. Ich mag auch Kinder. Das ist irgendwie echt ne Green Flag. Ich weiß nicht, warum das gerade bei mir ne Green Flag auslöst, aber hier wird mal wieder die grüne Flagge geschwungen, liebe Freunde. Seit langem. Kinderkrankenschwester? Das hat, ich weiß nicht, warum, warum ist das ne Green Flag? Lasst uns kurz mal drauf eingehen. Ah. Man sollte gut mit Kindern können. Green Flag. Wer mit Kindern umgehen kann, ist empathisch. Das ist toll. Ähm. Krankenpfleger allgemein. Green Flag des Todes. Man ackert sich dumm und dämlich. Man ackert sich kaputt für die Gesundheit anderer Leute. Und das in vielen Fällen, kann man jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber in vielen Fällen sogar unterbezahlt. Einfach, weil man es gerne tut und aus Leidenschaft. Dumme Green Flag. Dann das dritte. Sie hat einen Job. Auch Green Flag. Die ist nicht arbeitslos. Auch Green Flag. Nichten, kleinere und ich will auch später auch Kinder haben. Ich bin wirklich happy, dass sie wirklich so einen Job hat. Bist du ein Familienmensch? Also hast du viel mit deiner Familie zu tun? Bist du auch bei deiner Familie oder so mit Frau? Ich muss mal was hinzufügen. Denkt mal kurz drüber nach. Denkt mal kurz über alle Kinderkrankenschwestern nach, die ihr kennt. Mir fallen zum Beispiel zwei ein. Und diese Menschen, das sind absolute Green Flags in meinem Leben, die ich kennengelernt habe. Das sind richtig tolle Menschen. Und ich weiß nicht warum, aber das macht irgendwie Sinn. Wart ihr schon mal in einem Kinderkrankenhaus, so als Erwachsener? So wie wieder alles so abläuft. Wie die Leute so drauf sind. Also im Bestfall. Das ist alles so süß. Und wie die sich dann um die... Ach, das ist einfach nur toll. Ich mag sowas. Kinderärzte, Kinderkrankenschwester. Das ist einfach toll. Wirklich. Shoutout einmal raus. An alle Leute hier aus der Pflegebrunnen. Aber genauso die Leute, die sich um die alten Leute kümmern. Um unsere Rentner, ne? Auch. Ich sag euch, wie es ist. Einfach Pflege, Pflegejobs haben meinen dicksten Respekt verdient. Von vorne bis hinten. Und es gibt viele von euch da draußen, die in der Nachtschicht meine Videos gucken. Und hier geht ein Shoutout raus an euch. Hier geht ein Shoutout raus an euch. Ich sehe immer eure Storys. Wenn ihr Story macht. Heute gucke ich Sedo auf der Autofahrt. Heute bei McDonalds auf dem Parkplatz und so. Voll geil. Ich feiere es voll. Ich finde es richtig geil. Ja, ich bin ein total Familienmensch. Ich komme aus der Großfamilie tatsächlich. Ich habe nur zwei Brüder und eine kleine Schwester. Großfamilie klingt für mich immer so asozial irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber seitdem ich Spiegel TV-Dunkens verfolge. Wie ist es bei dir aus? Wir wohnen tatsächlich alle so fast auf einem Fleck, muss ich sagen. Und ich bin tatsächlich öfter da. Also wir gehen ja auch zusammen zum Eishockey. Ich bin Eishockey-Fan. Oh, Eisbemilien? Ja, sehr gut. Ich auch. Ich auch. Das passt schon mal. Dauerkarte und so? Ja. Wirklich? Also richtiger, schöner Fan. Ich bin jetzt seit ich drei bin tatsächlich schon Eishockey-Fan. Ich bin durch meine Familie da reingekommen und mein Opa hat mich immer mitgenommen. Und es ist tatsächlich so ein Familien-Ding. Wir alle sind Eishockey-verrückt. Also durch den Schichtlinien. Ich sage euch ehrlich, voll geil. Ich war auch bei den Eisbären Berlin einmal bei einem Spiel mit Marcel. Meinem Reaction-Kollegen hier. Shoutouts gehen raus. An den Bruder. Bei Marcel gibt es auch tolle Reactions. Hab den Jungen sehr gerne. Und wir waren da bei Eisbären Berlin. Hier Köln. Kölner Haie war ich auch schon ein paar Mal. Ich mag Eishockey. Ist toll. Toller Sport. Hab nur manchmal Probleme, diesen scheiß schwarzen Scheibe da zu verfolgen. Kann ich leider nicht so oft mehr hingehen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber NHL, sagt ihr mal? Ja, klar. Da war ich auch schon bei einem Spiel. Wirklich? In Tampa Bay. Ja, mit meinen Großeltern und mit meiner Cousine. Das war super. Das war ein Weg. Hey, ich höre gerade NHL. Ja. Wir sind beide Fans. Du auch Eishockey? Ich habe 15 Jahre gespielt. Was? Wirklich? Wow. Was? Echt? Roland, du. Ich komme nicht klar. Leute, ich muss kurz in eine Kindheitserinnerung schwenken. Ich weiß, ich habe für heute schon sehr viel unterbrochen. Aber ist doch schön. Kleine Kindheitserinnerung. Ich durfte mit meinem Bruder in einer, ab einem gewissen Alter sind wir in eine Neubausiedlung gezogen. Meine Eltern haben das ein oder andere richtige Investment getätigt und haben dann sich eine Neubau-Doppelhaushälfte gegönnt, sag ich jetzt mal. Und da war halt sehr ruhig. Wenig Straßenverkehr, sehr gerade Straßen, sehr einsichtig. Und dann haben wir so kleine Plastiktore gekauft. Die waren ungefähr so groß. Dann haben wir uns Schläger geholt. Tatsächlich regelmäßig. Und haben mit Inlineskatern gegeneinander mit einem Tennisball oder mit so einem Rundenball halt Hockey. Also auf der Straße halt gespielt. Und es hat richtig Bock gemacht. Also daran erinnere ich mich sehr, sehr gerne zurück. Da sind auch die Schläger immer kaputt gegangen. Brauchte man neue und so. Das war toll. Das war cool. Also ich bin auch Profi. Tatsächlich. Wie gut warst du? Äh, total gut. Okay. Das sagen sie alle. Alter, ist das ein echtes Bild? Das sieht echt so aus, als wäre das was professioneller mit Red Bull Sponsoring und so. Ich google das jetzt. Labert mich nicht voll. Das ist ja echt, ne? Ich komm nicht klar. Junge Macher. Alter, Casanova hier. Was ist das denn 2012? Komm, wir lesen uns mal das jetzt durch. Trettl begann seine Ausbildung zum Koch 1987 im Parkhotel Holzner. In seinem Heimatort Ober zogen auf dem Ritten und setzte sie in Bozen im Restaurant Armade fort. Danach machte Trettl Station in Eckart Witzigmanns Münchner Restaurant Aubergine und im Restaurant Tantris. Bevor er wieder, ja okay, das juckt uns alles nicht, Digga. 1997 bis 2001 war er Küchenchef in Witzigmanns Restaurant Mallorca, das im Jahr 2000 von Guy de Michelin mit einem Stern ausgezeichnet wurde. Krass. Nach internationalen Einsätzen war Trettl für sechs Monate im Restaurant Marine Terracco Tokyo als Food- und Beverage-Trainer im Einsatz. Von Mai 2003 bis 2013 arbeitete er als Executive Chef im Restaurant Icarus im Hangar 7 am Flughafen Salzburg unter der Schimmerherrschaft von Eckart Witzigmann. Das von Trettl geführte Restaurant Icarus wurde sowohl als Pfalz-Restaurant-Guide als auch von Goldmilieu ausgezeichnet und ein Michelin-Stern. Seit 2018 ist Trettl ein Miteigentümer der Spice World Gewürzmanufaktur in Salzburg, die Gewürze und Gewürzmischungen vertreibt. Ich finde sowas ja immer dumm interessant, ne? Hey, das gehört Roland Trettl, Digga. Stay spiced. Krass. Soll er mir mal hier Placement gönnen, Digga? Was ist das denn? Hä? Soll er mal echt Placement gönnen? Junge, weißt du, wie viel ich koche? Fernsehen. Er hatte einen Gastjuror bei der Sat.1-Koch-Casting-Show The Taste. Da war er irgendwas mit Tim Melzer gemacht. Dann war er bei der Kochshow Grill den Profi, Kitchen Impossible. Und seit 2018 hat er seine eigene First Dates. Trettl ist verheiratet als einen Sohn, er lebt seiner Familie in Salzburg. Im Januar 2023 gab das Paar seine Trennung bekannt. Oh, tut mir natürlich leid. Einen Stern Michelin, Digga. Michelin-Stern zu bekommen ist krass, ne? Das ist richtig krass. Das ist wirklich krass. Ja, was ist jetzt hier mit Sport, Digga? Einzelnachweise. Cooler Typ, Alter. So oder so. Cooler Typ. Aber Eishockey, das sieht auch irgendwie professionell aus, was er da gemacht hat. Wo ist denn meine Maus, Digga? Was passiert denn hier? Tschüss. Tschüss. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Sie ist Eishockey-Fan. Das ist richtig cool. Und ich denke mal, dass wir da auch bestimmt Zeit finden werden, dass wir beide da hingehen werden und viel Spaß haben werden. Also das ist echt cool. Das ist ja echt geil. Also wirklich. Das ist wirklich geil, dass zufällig beide Eishockey feiern. Weil es gibt nichts Cooleres als Live-Spiele zuzugucken von einer Sportart, die man liebt. Und dann kann man da noch mit seinem Date oder Partner hin. Ich würde ihn tatsächlich sehr gerne mitnehmen. Meine Familie ist auch relativ offen und die freuen sich immer, wenn jemand Neues mitkommt. Hast du noch weitere Interessen? Also hast du irgendwelche Hobbys? Also ich gehe ins Fitnessstudio, mache so Krafttraining. Ich versuche immer so zweimal die Woche zu gehen und ansonsten viel Bewegung. Ich habe auch abgenommen die letzten drei Jahre. 39 Kilo. Wir haben doch sehr viel gemeinsam, ne? Doch. Wie viel? 39 Kilo. Okay, ich bin mit 20 gewesen, ja. Krass. Wirklich? Digga, 39 Kilo abnehmen ist so stark. Unglaublich, dass wir das Gleiche... Also auch 20 Kilo ist krass. Aber 39, holy. Durchgemacht haben, dass er auch so viel abgenommen hat. Ich denke, da gibt es auf jeden Fall viel Verständnis. Seinerseits auch und meinerseits, wenn man gemeinsam so einen Weg gegangen ist. Ich hatte einen Nebenjob. Da musste ich immer, ja, was war denn das? So ein Auto-Rückwagen-Vermietung. Also wir sind im Parkhaus im Schönefeld, da musste ich Autos hochfahren, dann runterrennen die Treppen. Also so vierte Etage damit. Ja und dadurch war ich halt 20 Kilo. Krass. Jetzt versuche ich ein bisschen sportlich und auch mal in die Ernährung zu achten. Ja, Respekt auf jeden Fall. Denkt mal drüber nach, es gibt Jobs, die euch fit halten. Also es gibt viele Jobs, die euch fit halten. Aber es kann halt auch so was Einfaches sein, wie im Parkhaus Autos umparken und dann halt die Treppen rennen. Ja, das habe ich wirklich auch durch die Ernährung, da ich einfach gelernt habe, warum ich das auch mache, ja. Um meinen Curl auch was Gutes zu tun, bin ich halt wirklich so fein und bin auch super glücklich. Ich versuche noch so ein paar Kilo abzunehmen, aber die kommen von ganz alleine, wenn man eh aktiv ist. Na denn? Ja, ruf. Auf uns. Süß irgendwie, irgendwie alles süß. Aber heftig, ja, dass wir doch so viel gemeinsam haben. Ja, das ist ein bisschen gruselig sogar tatsächlich. Das schweißt wirklich zusammen und da baut man auch sehr viel Selbstbewusstse natürlich auch auf und man stellt sich die Ängste. Und daher denke ich, dass bei uns relativ schnell die Angst auch weg war. Brauchst du lange im Bad? Ja, also Nächte mag ich nicht so. Selbstverständlich. Ich habe damals meine Ausbildung gemacht und da habe ich auch nachts gearbeitet. Ich kenne das auch mit dem Schlafengehen um elf, wo du denkst, ach, alle gehen jetzt zur Arbeit und du legst dich jetzt hin, voll hell draußen. Ich werde die Vögel spitschern, ich werde die Autos. Das stimmt. Also, dass sie Schichten hat, ist natürlich selbstverständlich bei dieser Branche und ich habe damit gar kein Problem. Wenn sie einfach früh morgens aufsteht, dann bleibe ich einfach liegen. Aber ich nehme meine Augen wieder zu, da kenne ich nichts. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Schminat zwischen den Zähnen. Nee, hast du nicht, alles gut. Siehst gut aus. Du auch. Dankeschön. Süß, einfach so süß, einfach so ehrlich, Leute, so ehrlich, zack, zack, boom. Ich hatte nicht so das Gefühl, dass wir geflirtet haben. Er hat mir einmal ein Kompliment gemacht, was ich super lieb fand. Ansonsten, glaube ich, ja, mit dem Flirten, ich bin auch nicht so wirklich gut im Flirten, muss ich gestehen. Ja, ist auf jeden Fall ausbaufähig. So, ich habe jetzt schon mal die berühmt-rechnungsfreundliche Rechnungsfroxien gebracht. Vielen Dank. Danke, danke. Geh hin. Danke schön. Schönen Tag. Wie du willst. Also, ich kann auch zahlen, das ist kein Problem. Ich kann es auch machen. Ja, wirklich? Ich kann es machen. Alles gut. Danke. Ich mache das. Das freut mich. Ich bin Gentleman. Achso, ja, ich bin wirklich ein sehr großer Gentleman tatsächlich. Ja? Ich schalte auch gerne den Tieren auf, auch beim Auto oder so. Oh, das ist gut. Ja. Also, ich mag das, wenn der Mann aufmerksam ist. Ist gut, ja. Aber darüber zu reden... Mhh... Bisschen cringe. Also, zu erwähnen, dass man Gentleman ist, das erwähnt man ja nicht. Das zeigt man durch Taten. Das musst du ja nicht sagen. Wenn du mit ihr das First-Dates-Restaurant verlässt, kannst du ihr ja die Tür aufhalten. Zum Beispiel. Mhh? Das zeigt einfach so eine gewisse Aufmerksamkeit gegenüber der Frau. Es muss nicht immer sein, aber ich finde es einfach schön, auch mal Aufmerksamkeiten geschenkt zu bekommen. Darf ich die Box schon wieder mitnehmen? Ja. Es ist etwas drin. Es ist etwas drin. Nein, es ist etwas drin. Es ist etwas drin. Bekommst du noch etwas wieder? Nein. Alles okay. Dann sage ich vielen Dank. Danke schön. Ich hoffe, dass ihr einen guten Abend hier bei uns hattet. Ja. Und ich denke, dass ich Roland jetzt auch noch persönlich von euch verabschieden möchte. Ich würde euch mal mitnehmen. Warum nicht Fotobox bei den beiden? Das war doch ein süßes Date. Pack die doch in die Fotobox. Das war wirklich echt schön gewesen. Sie war sehr süß. Sie hat mir sehr gefallen. Und das Essen war auch sehr, sehr lecker. Die Atmosphäre war auch super gewesen. Also ich bin rundum zufrieden. Mein Date war sehr schön. Wir hatten viele Gemeinsamkeiten. Ich finde es attraktiv oder sexy, dass er am Anfang und auch im Date die Gesprächsführung übernommen hat. Also ich finde es auch gut, wenn jemand weiß, was er will, dass er auch konkrete Fragen hatte und auch selbstbewusst aufgetreten ist. Ist doch ein schöner Start gewesen. Ja, finde ich auch. Ist was Neues gewesen. War sehr schön. War schön. Versaut sie es nicht. Machen wir nicht. Ich versuch's nicht. Ich versuch's nicht. Dann gib denen doch ein Schloss oder so, Digga. Irgendwas, Digga. Gib denen irgendwas. Versuch's. Ciao. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. So, jetzt gehen wir hier noch raus. Guck mal, jetzt gehe ich hin. Fuck, okay. Was hast du gesagt? Dankeschön. Bitteschön. Das ist Hass. Aber es ist das einzige Sasse, was er gemacht hat. Deshalb alles gut. Aber dieses, guck mal, guck mal, ich halte jetzt die Tür auf. So, mach einfach. Aber halt die Schnauze. Es reicht. Kannst du denn ein zweites Date geben? 100 Prozent, ja. Ich denke, es ist immer schwierig nach einem Treffen oder nach einem Abend zu sagen, ja, es ist der perfekte Partner. Deswegen, ich würde mich sehr freuen, wenn du auch an einem zweiten Date interessiert wärst. Tatsächlich ja. Das gleiche habe ich auch gesagt. Dass ich gucken muss, wenn wir erst ein Date, das ist natürlich schwierig. Man muss sich wirklich mehrmals treffen, um zu wissen, okay, ist das was, ist das nicht. Definitiv. Ich würde mich freuen, ja. Wunderbar. Süß. Süß, Leute. Süß. So, wir gucken jetzt gleich das TikTok an, aber erstmal, was nach dem Date geschah. Bei Patrick und Celina hat es perfekt gematcht. Sie treffen sich regelmäßig und sind glücklich. Sie sind mittlerweile in einer festen Beziehung und somit offiziell ein Paar. Könnt ihr das glauben, liebe Freunde? Könnt ihr es glauben? Und das ist auch das TikTok, das ich euch jetzt zeige, auf dem ich wirklich Unmengen viel verlinkt wurde, wozu ich sagen möchte, ich finde das gut. Macht weiter damit. Verlinkt mich überall, wo ihr wollt, dass ich mir das angucke und wo ihr meine Meinung zu wissen wollt. Einmal Happy End für uns. First Dates. Ach, ihr seht es ja hier. So, und dann unfassbar dankbar für diesen wundervollen Menschen. Und dann so ein süßes Bild von den beiden. Und dann... Das ist halt einfach süß. Am Ende des Tages ist es einfach süß. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nach wie vor, liebe Freunde. Morgen, 14 Uhr. Wieder. Ich hab meinen Ring auf meinen Knochen geknallt. Ich... Wie immer. 14 Uhr. Schaltet gerne ein. Ich verlinke euch hier oben auch die Playlist mit den First Dates Videos. Falls ihr sagt, ey, ich lieg gerade im Bett, mir ist eh langweilig. Ich guck mir jetzt weiter die Scheiße hier an. Könnt ihr auf die Playlist drücken und seid direkt drin. Könnt direkt unter den First Date Videos auswählen, welches ihr als nächstes gucken wollt. Macht mehr Spaß. Kann ich euch nur empfehlen. Und... Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Haut rein. Ciao. Und jetzt geht's los. Ich sag dir hier, ob du schlägst oder es ist schon zu spät. Park mir in Uber und ich mach mich aufm Weg. Kenn uns erst ne Woche. Perfekt match aus meiner Gegend. Kaspar Straße 4 hat mich schon so an dich gewöhnt. Bis zum nächsten Mal.